Mein Name ist Martin Krull. Unter vermessung3d.de bieten wir UAV-Vermessungskomplettsysteme an. Auf dem DJI-Stand haben wir dieses Jahr die M200-Serie präsentiert, die unter anderem IP43 zertifiziert ist sowie den M600 mit der Hasselblatt A6D, die 100 Megapixel besitzt. Wir schulen in dem praktischen Handling der UAVs genauso wie in dem rechtlich sicheren Umgang damit und wir nehmen den Kenntnisnachweis nach Luftverkehrsordnung ab. Zusätzlich schulen wir in dem Bereich Fotogrammetrie und wir vertreiben da die Fotogrammetriepakete Agisoft Photoscan und Pix4D. Darüber hinaus haben wir eine App entwickelt, die heißt Skyveo, welche den Prozess des UAV-Fliegens standardisiert und etwas vereinfacht. Bei Interesse besuchen Sie gerne unsere Homepage vermessung3d.de